Herzlich Willkommen zurück bei Stranded Deep. Wir sind hier immer noch, die Sonne geht gerade unter. Es ist wunderschön romantisch. Ich brauche Pflanzenfasern, habe aber irgendwie, glaube ich, mein Messer... Habe ich fertig gekocht? Habe fertig gekocht? Habe ich? Nee. Habe ich nicht. Ich bin mir da immer halt so zum Anbringen. Ich muss mir erst mal ein neues Messer machen. Scheiß Haufen, ey. Hier. Mann! Warum geht mir hier immer alles flirten, sag mal? Setzling von so einer Palme. Wie kann ich denn... Hä? Da ist jetzt mein Messer, oder wann? Hä? Wo kam denn jetzt das Messer wieder her? War das in irgendeiner Unterkategorie? Oh Mann. Also das Elementar hier habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Ich wollte... Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ach, Gehirn wieder richtig offline, ne? Ach so, doch. Den Bratspieß wollten wir machen, damit ich meine Fische eventuell grillen kann. Dafür brauchen wir drei Stickies. Einen Steinkreis, den wir eigentlich haben. Äh, und, 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 und... Schnur. Seil. Und es ist dunkel. Ach, shit. Wie soll ich denn so irgendwas finden, sag mal? Da kann man ja auch nur ein Fikus, kann man ja auch nur wild in der Gegend rumeiern und hoffen, dass man irgendwas sieht. Ich könnte natürlich auch ins Bett gehen und speichern, aber dann habe ich Angst, dass wir Fletterfasern aufnehmen. Sehr gut. Ich habe nur Angst, dass wir dann... Oh, Stein. Nehme ich mit. Dass wir dann aufwachen und verdurstet und verhungert sind. Das wäre echt unpraktisch. Das wäre saudoof. Sau, sau, saudoof. Das wollen wir ja nicht. Ach, shit. Und ich muss das Feuer... Ne, warte, ich habe noch was auf dem Feuer drauf. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich das Feuer immer ausmachen. Hm. Ist es jetzt hier fertig? Gekocht. Was sagt meine Uhr? Ich muss was essen. Das sagt die Uhr. Okay. Und hier? Oh. Hier müssen wir auch einen neuen Shit drunter packen. Ich sehe schon. Lange werden wir es auf dieser Insel hier nicht aushalten, weil zu wenig... Entschuldigung. Weil zu klein für Überleben. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Verzeihung. Ich habe... ...gehustert. So, drei Stickies haben wir. Ich nehme noch einen vierten mit. Ich brauche halt immer noch ein Seil. Und Seil... ...kriege ich halt durch diese... ...Pflanzenwedelbüscheldinger. Ah, hier ein Palmsetzling. Ist halt wieder nur so ein kleiner. Hier ist ein Palmsetzling. Der muss man halt auch immer warten, bis die wieder wachsen. Oh Gott. Bitte attackiere mich nicht. Irgendein Tier ist hier auf unserer Insel auf jeden Fall unterwegs. Neben Fledermolz, glaube ich. Okay. Brauche ich jetzt nochmal einen extra Steinkreis? Oder kann ich das einfach da dazu packen? Das ist eine gute Frage. Weil sonst muss ich hier erstmal... ...noch Steine sammeln. Weil hier hätte ich ja so einen Steinkreis. Feuerstelle. Ja. Ach so. Guck mal, wenn ich hier bin, kann ich das craften. Das sehe ich schon. Perfekt. Bratspieß. Kann ich da jetzt meine Fischis dranhängen an den Bratspieß? Bratspieß. Kann ich da... ...löschen? Bratspieß. Wie kann ich denn meine Fische grillen? Halt die I, um zu löschen. Okay, der Bratspieß war richtig unnötig. Ich kann doch den Fisch nicht roh essen. Was habe ich denn noch, was ich hier machen kann? Ein Hobo-Ofen. Abfallfass. Feuerstelle. Bin ich... Bin ich fürs Spiel zu schnell quasi? Könnte halt sein. Hammer. Gut. Für den Hammer brauchen wir wieder ein Seil. Das heißt, wir brauchen erstmal noch mehr Pflanzenfasern, die ich natürlich nicht habe. Die Musik ist schon echt tragisch manchmal. Aber es widerspiegelt, glaube ich, ganz gut die Stimmung, wenn man so auf so einer einsamen Insel ist. Gestrandet, abgestürzt mit dem Flugzeug. Ist das wahrscheinlich schon sehr passend. Aber es würde mich auch tierisch nerven, wenn ich die ganze Zeit so traurige Musik hätte. Also da hast du doch auch gar keine Motivation zum Überleben. Wenn einfach immer nur ein trauriges Lied gespielt wird. Mann, gib mir einen Palmenwedel! Oder ich wedel die einen von der Palme. Besser nicht. Ähm. Gib mir einen Palmenwedel! Uh! Abfall gewählt! Ich habe ein gewähltes Stück Abfall gefunden. Nämlich. Die Musik ist wunderschön. Richtig geil. Aber es ist schon ein bisschen wehmutig. Weh, 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 wehmütig. Wehmutig. Hallo? Wachst meine kleine Palme? Wachst! Wo seid ihr? Kommen sie her! Ah! Ich bin stecken geblieben. Ich brauche... Oh! Ein Setzling! Schreien in mich! Lass mich... Aus dir ein Seil knüpfen! Palmensetzlinge! Wachst und kommt zur Mutti! Ich wünschte, meine Insel wäre größer. Ich wünschte. Hier habe ich mir schon alles mitgenommen. Hier kann man hier noch ein Unterholz. Holzstamm, den habe ich umgenietet. Das war, glaube ich, die andere Palme. Hm. Das ist ganz schön tragisch traurig gerade. Aber ich kann, glaube ich, auch noch keins machen, ne? Ne. Mir fehlt da noch was. Mir fehlt da noch ganz schön viel. Vielleicht sollten wir uns einfach erst mal schlafen legen. Vielleicht sollten wir das tun. Einfach Schlaftag machen. Betttag. Habe gehört, das macht man so in Survival-Situationen. Betttag. Dann gehen wir mal ins Bettchen. Am Betttag. Oh ja. Ich lege mich schlafen. Was sagt die Uhr? Ich werde schon nicht sterben. Ich werde schon nicht sterben. Zuerst speichern. Und dann schlafen. Das lag, glaube ich, dran. Weil... Weil... Weil ich nicht genug gegessen habe. Haben wir da oben noch eine Kokosnuss? Nein. Oh man, jetzt suche ich wieder nur Pflanzenfasern. Gibt es irgendwie eine bessere Variante, an Pflanzenfasern zu kommen? Als über diese kleinen... Scheiß-Palm-Dinger. Die halt einfach nur so all... Verdorbene Kartoffel. Warum ist da eine verdorbene Kartoffel? Warum habe ich... Warum verdirbt die einfach? Oh oh. Geht es jetzt mit uns schon zugrunde? Ist jetzt schon alles vorbei? Am wann... Ab wann fange ich an, Hallo zu... Hallo zu... 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 Nunieren. Ab wann sehe ich komische Dinge? Ab wann muss ich mir einen Freund... Äh... Basteln. Ich glaube, es ist schon so weit. Gib mir doch einfach... Einen Palmenwedel, bitte. Mach es mir doch nicht so schwer. Ich... Ich... Gehe hier sonst drauf. Palmenwedel. Ich habe hier sonst so einen Fikus mal rum. Also ich meine... Ich muss ja einfach mal testen. Gucken, was von so einem Fikus... Stickys fallen da runter. Ah, bis... Das war irgendwie mehr so... Satz mit X, ne? Shit. Palmen sind halt ultra wertvoll. Wenn ich mir alle Palmen umhacke... Dann habe ich echt ein Problem. Weil dann... Habe ich keine Kokosnüsse mehr. Und das wird schwierig. Ich gehe aber noch mal ins Bett. Kannst nicht so schnell hintereinander schlafen. Shit. Ich kann da... Blätter faserig. Was machen wir jetzt, Freunde? Hacke ich jetzt doch noch eine Palme um? Nur um an den Shit da dran zu kommen? Und dann bin ich mir nicht mehr sicher, dass ich damit... Geht die Sonne auf? Sonne! Der Mond geht unter! Ja! Das heißt, die Sonne geht auf! Wuhu! Nz, 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 nz. Party, 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 party. Nz, 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 nz. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck mal, meine Insel, die kennen wir jetzt schon richtig gut. Ah. Seht ihr, wie der Mond gleich im Meer versinkt und es endlich hell wird? Sieht schon schön aus, ne? It is very, very beautiful. Where is the sunrise? And with the sunrise, please, lass meine Palmenwedel wachsen. Kleine, süße, Palmensprösslinge. Oh! Look at this! It is so pretty. Geil. Es sieht halt schon gut aus und ich hab das noch nicht mal auf höchster Qualität. Ich denke, dass ich definitiv dann auch daran rumschrauben könnte. Und könnte das bestimmt noch ein bisschen nach oben prügeln, das Spiel. Ich hab keinen Platz im Inventar. Keinen Platz im Inventar. Was machen wir denn jetzt? Also, das ist halt echt ein Problem. Ich könnte mich halt auch in so ein... Ich meine, man könnte halt auch zu so einer anderen Insel rüberrudern. Könnte. Ich meine, wahrscheinlich früher oder später müssen wir das wahrscheinlich eh machen. Ich hacke jetzt in die Palmen rum. Oh, ich seh da was. Ein Palmen-Setzling! Komm zu Mutti! Fehlen ja nur noch zwei, ne? Ist schön. Packen wir erstmal hier den Kopf von der Palme ab. Ab mit der Rübe! Ist ja auch gar nicht anstrengend bei Sängen der Hitze. Ja, hab keinen Platz im Inventar. Blah, 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 blah. So, was können wir alles hier hinschmeißen? Das da kann ich mal hinschmeißen. Dann nehme ich mir jetzt hier die Palmenblättchens. Waren doch nicht nur drei dran. Liegen die jetzt hier im Gebüsch oder was? Kann ich mir jetzt ein Seil machen? Nein, ich brauche diese kleinen Scheißer oder was? Ich drehe durch! Ich werde jetzt schon verrückt. Aber da kann ich wenigstens mal die Palmenblätter... Warum kann ich die jetzt denn nicht in die Hand nehmen? Sag mal! Ich bin auf Platz im Inventar. Verarsch mich doch nicht! Hier hinschmeißen. Dann schmeiß ich die mal hier hin. Und damit ich, wenn ich hier was reinlege... Paar sein hinzufügen, ja. Dass ich die da nicht nehme. Perfekt. Okay. Das brauche ich nämlich auch nicht. Das schmeißen wir auch mal hier hin. Das brauchen wir erst, wenn wir irgendwas anpflanzen. Ich brauche... Palmenmädel. Äh... Kleine Palmen-Setzlinger. In irgendeiner Ecke... Lass mal noch zwei stehen, bitte. Spiel. Bitte. Ansonsten komme ich hier nämlich nicht weiter... ...ohne auf eine andere Insel zu rudern. Und ich weiß nicht, ob das die gute Idee ist... ...wenn wir einfach auf eine andere Insel rudern. Nein, eine große Insel wäre schon geil... ...aber ich sehe halt keine große Insel so im nächsten Quadranten. Oh, 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 oh! Sehr gut. Das war eins. Verdorbene Kartoffel. Irgendwie will ich die nicht aufnehmen. Verdorbene Kartoffel. Oh, hüpf, hüpf. Weiß ich nicht, ob ich so ein Gammelding... ...in mir drin haben will. Okay, wir nehmen mal das da noch auf... ...und das da noch auf... ...aber das reicht immer noch nicht für ein Seil. Äh, ich brauche noch eins! Eins, eins. Spiel gönn einfach mal. Gönn mir eins. Oh, jawohl! Nice! Perfekt! Und jetzt den Hammer. Stelle ein Holzfundament her. Ich nehme ja mal an, dass wir da diese Bretter mal aufnehmen müssen... ...für das Holzfundament. Wo waren die? Hier. Ich packe das einfach mal ein. Die Abfallplanke. Vielleicht auch nicht. Bauen. Holzfundament. Nein, Stickys brauche ich dafür. Oh! Tage überlebt. Two. Ich mache das einfach mal hier. Schlage das Modement mit einem Hammer, um es zu bauen. Oh! Und dafür brauchen wir Fitness! Du hast das Tutorial abgeschlossen. Erkunde die Meeresinseln und Schiffswracke. Ja. Ich hätte jetzt schon gerne noch gelesen, was da unten steht. Spiel. Oha! Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Oh, oh. Ähm... Ja. 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 Ähm... Hilfe? 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 Hallo? Oha! Jemand zu Hause? Oha! 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 würde ich sagen. Beenden wir diese Folge. Wir sehen uns in der Twitch-Find-Embau-Camp. Ich sehe so viel bis fünf Tage die Woche. Freut mich oder einfach in einem anderen YouTube-Video. Ihr findet mich auf einem Platz vor dem Unter-X-Kam-Meow. Ich freue mich, euch da zu sehen. Lasst die mir da. Wir sehen uns. Tschüss!